Als nächstes möchten wir euch eine wunderschöne Komposition von Hans-Peter Frey vorstellen. Alle Instrumente werden auch gleich selbst von Simon Lüthi gespielt. Die Grüezi-Musik hat jetzt eine CD veröffentlicht mit einer Sammlung von 26 eindrücklichen und sehr gefühlvollen Melodien von Hans-Peter Frey. Auch diese brandneue CD-Box mit viel schöner und heimeliger Musik könnt ihr jetzt bei uns bestellen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020